Wer ist hier mit der Regenbericht? Da sind wir, dass wir durch den Wald, dass wir nach zwei Jahren sind. Ist das ja eine kleine Regenbericht? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist die Schwedenkennung, das ist die Schwedenkennung. Das ist die Schwedenkennung, das ist die Schwedenkennung. Das ist die Schwedenkennung. Das ist die Schwedenkennung. Das ist die Schwedenkennung. Nein, du fährst vorne im Kreis, fährst 20 Meter rechts und dann geradeaus bekommst du den Dornbach da aus. Bei den VW-Händlern. Aha! Da kannst du von dort, kannst du links noch, nach der Eiseberabwehr, der links noch, da bist du bestimmt. Alles war's! Ah, die Haube! Die Haube! Die Haube! Ja, die Haube! Da kannst du da, von der Eiseberabwehr,